hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge von einer minecraft adventure map oder jam and run map je nachdem wie ihr es sehen wollt auf jeden fall habe ich mich für eine alte map entschieden eine sogar sehr alte map werden wir gleich noch mal sehen ich glaube das steht auf den schildern noch drauf auf jeden fall hier der erupne parkour aber ich habe es richtig ausgesprochen und version 3.9 gucken uns erst einmal kurz die regeln an also ich glaube so ein bisschen was kann man mittlerweile dadurch machen dass wir hier überhaupt im adventure mode sind oder das system mittlerweile gibt also wir dürfen keine blöcke platzieren und keine blöcke kaputt machen wir sollen immer ihm dienen oder eben gehorchen schauen ob was machen wir dürfen nicht von einer stage zu einer anderen stage rüber springen genau das gleiche auch von einer challenge zu einer anderen schauen was damit noch mal genau gemeint ist aber wir bleiben einfach auf unserem parcours ist denke ich mal recht simpel die ganzen challenges können wir in irgendeiner beliebigen reihenfolge spielen je nachdem wie wir wollen auf peaceful spielen glaube ich jetzt auf jeden fall wir können alle passiven mobs töten die im weg sind die helligkeit auf hell stellen es sei denn es wird uns anders gesagt habe ich eigentlich immer auf hell manche challenges da darf man nicht sprint jumpen und es wird uns gesagt wenn wir es nicht dürfen hier geht es ja noch mal weiter geht das hier jetzt so hoch runter also auf jeden fall jedes mal wenn wir eine challenge abschließen kriegen wir eine belohnung und es sind versteckte diamanten in der gesamten map alle finden ich hoffe dass wir dann später auch gesagt wie viele es gibt auf jeden fall kriegen wir bei einfachen challenges ein emerald bei mittleren zwei emeralds bei harten drei emeralds bei sehr harten oder sehr schweren 4 emeralds extrem 5 emeralds und die über extrem 8 emeralds nochmal die punkte können wir uns ja versuchen zu merken emeralds gibt 5 punkte und diamanten gibt 1 punkt so die cheating and frustration chest ok brauchen wir nicht take your stuff and start parcouring ok bett brauchen wir nicht da wir ja einfach ein spawnpunkt setzen können weiß noch nicht wofür wir eine rüstung brauchen aber wir nehmen sie einfach mit äh äh wollen wir uns ja gleich mal kurz die bücher angucken äh komm nehmen wir uns äh was zu snacken auch noch mit ok wir oder es wird geraten äh das buch mit den koordinaten zu nehmen um die stages wahrscheinlich zu finden genau äh achso hier sehen wir nochmal kurz äh bei wem die map gemacht wurde oder von wem entschuldigung es ist immer in bearbeitung äh wir dürfen fliegen oder wir können fliegen äh zu einer nächsten stage um ein bisschen schneller was zu machen aber wenn wir hier äh die koordinaten haben können wir uns ja auch einfach hin teleportieren das peanut butter jelly time ja ja ok scheinbar gibt es aktuell 47 challenges oder die 48 ist auch da aber hatte noch keine koordinaten reingeschrieben ok ok mhm ok jede challenge hat 2 bis äh 15 stages hier sind nochmal die punkte genau hier seht ihr übrigens äh dass es gestartet wurde am 6 november 2011 um 17.50 finde ich cool dass eine uhrzeit dabei steht äh auf jeden fall ist schon ein paar jährchen her äh genau dann sind wir hier einmal 259 stages und scheinbar 50 challenges wollen wir einmal nochmal kurz in die bücher hier rein gucken die challenge die challenge hier stehen nochmal so infos zu den einzelnen stages fangen wir erstmal die rüstung hier oder ziehen die erstmal an äh so dass das äh warte mal äh ich stehe wahrscheinlich nochmal genau das gleiche wieder hinten also hier steht sogar nochmal in welchen stages das nicht erlaubt ist und wenn wir das machen sind wir ein cheater aber ich hoffe mal dass wir es nicht brauchen ja dann äh ja dann äh ja dann äh gehen wir mal spielen good luck ok danke so beginnersjahr also das wird am 6 november gebaut ist einfach hat zwei stages und es ist kein sprinten erlaubt ich glaube übrigens das äh funktioniert übrigens äh dass ich jetzt hier quasi in der ich glaube 1.19.3 bin obwohl die map für das war das 1.4 gemacht wurde also mein finger ist die ganze zeit drauf dass ich sprinte aber wir halten uns dran ist nichts zu machen ok drücken wir mal der schalter sieht ja cool aus sneaky may help you here ach brauchen wir nicht sind ja profis uch 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 und das so lampen darstellen die hier runter gefallen sind ok ich werde mal doch sneaken hier so hier mal rum so spinnen wir nehmen wir trotzdem mit und haben unseren ersten emerald sehr schön und damit haben wir scheinbar stage 1 fertig sehr schön ok da ist die 3 ja hier ist die 2 ok hier ist sprinten auch nicht erlaubt und die wurde am 9 november erstellt ja oh steht einfach nur dass das symmetrisch ist mal gespannt ob wir überhaupt irgendwo einen diamanten finden ich versuche natürlich darauf zu achten aber ich werde für nichts garantieren es ist also ich finde das gar nicht so einfach nicht permanent auf die sprinten taste zu drücken ich meine wir kommen hier ja eigentlich gerade echt clean durch ok so hier wird man einfach von außen dran kommen so haben wir das auch geschafft ich versuche einfach stage für stage zu machen und nicht einfach hier random die stage zu machen weil sonst verliere ich einfach irgendwann den überblick und das wollen wir ja nicht ich wollte gerade sagen so up and down 2 immer dran denken bei so einer leiter immer sneaken drücken extra nochmal umgedreht falls da vielleicht eine versteckte kiste ist sehr schön nächste stage geschafft hier dürfen wir ja denke ich mal lang sprinten damit haben wir die zweite stage fertig sehr schön das haben wir ja gerade gesehen ist die dritte stage hier wir sprinten auch nicht erlaubt und diesmal ist es mittel indestructible world das werden wir dann sehen und danke dass ihr das noch sagt mit der leiter hier hier ist ein checkpoint das erste mal dass wir den checkpoint benutzen müssen sprung kam mir gerade auch ziemlich weit vor warum hat er da nicht warum hat er hier nicht einfach den schalter hin gemacht egal da fragen wir nicht ich mag diese leiter springe echt nicht es ist die frage ob es da noch einen versteckten diamanten gibt ansonsten finde ich es erstmal nett ok da gibt es scheinbar keinen diamanten dann springen wir hier runter aber hier ja so ein wasser das ist mal ein gutes versteck für solche kisten sehr schön sehr schön und damit haben wir die dritte challenge fertig so jetzt müssen wir mal gucken wo ist die vier ich denke mal hier geht es weiter oder ja hier ist immer noch kein sprinten erlaubt glas das muss man erstmal sehen können und ganz wichtig nicht hier reinfallen aber ich denke wir sind ja quasi profis durch die letzten jump and run maps und schaffen wir das einfach ganz easy perfekt mal noch gucken ob man nicht doch irgendwo in diamante liegen lassen hat ist hier noch was? ne nur ein bisschen aussicht da hätte ich schon fast viel zu früh in der luft gesneakt das wäre ein bisschen ungünstig gewesen so nächster checkpoint uch äh hier ne hier lieber nochmal ein zwei mal hin und her gucken bevor man falsch springt hui ich dachte mir nämlich dieses mal dass ich äh gucke oder ich wusste zumindest noch äh dass das äh eine etwas längere karte ist wo auch so ein bisschen hier drumrum gebaut ist und dachte ich können wir die eigentlich mal machen da oben sehen wir so ein riesen tower so hier ist so eine quasi hall of fame müsste dann äh peatsmeat wahrscheinlich auch bei sein ok da rechts an der wand kann ich nicht sehen aber ich denke mal die wird da auch drin sein aha hier gibt es nichts ich habe es mir tatsächlich so ein bisschen gedacht kann äh kann ich einfach nur leer stehen so stage 5 oder challenge 5 hier ist sprinten erlaubt aber ich würde sagen das sehen wir uns in der nächsten Folge an in dem Sinne haut rein und bis zum nächsten mal Tschö Bis zum nächsten Mal.